Wer ist dieser Unity-Shop? Ich steh vor Sprühkopf, repräsente Hip und Hop. Das sind die Jungs aus Kassel. Ich in den Keller-Assel wäre dich ohne Mikrofon ein Reimvermassel. Ich bin halt schon leicht angeschlagen, schlechter Umgang auf kein Stressfestival, erst an Samstagen angekommen, viel zu spät. Ein schlechter Rapper, der dir dies verrät. Unity-Shop, hoffentlich noch 100 Jahre lang. Wer sich wundert, wusste, es gibt einen Gruppenzwang. Dosen kaufen dort in der netten Kleinstadt und wir werden verallgemeinert sehen, wer den besten reinmacht.